Dieser Band schließt einen der größten Handlungsstränge in Tensura bisher ab und auch wenn ich diesen Part im Anime absolut geliebt habe, muss ich sagen, dass ich ihn in Light Novel-Form eher nüchtern fand. Damit herzlich willkommen zu meiner sechsten und wahrscheinlich letzten Review von meiner Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, der Light Novel. Spoiler-freie Review, los geht's! Also worum geht es in dem Buch? In den gesamten letzten Büchern hatten wir den Antagonist Clayman immer weiter aufgebaut bekommen. Wir hatten im letzten Band diese große Schlacht, wo wir dann am Ende gesehen haben, wie sich Rimuru in einen Dämonenkönig verwandelt hat und demnach wird dieser große Teil schon beendet, aber gleichzeitig bleibt immer noch viel offen, das heißt, die ganze Reihe ist halt so aufgebaut, dass nichts wirklich jetzt mit einem Band abgeschlossen ist, sondern alles bleibt noch irgendwie so im Hintergrund, vielleicht kommt's ja noch. Wir haben zwei parallele Geschichten, einmal den ganzen Kampf zwischen Rimurus Leuten und Claymans Leuten und dann gleichzeitig haben wir noch ein Treffen der Dämonenkönige, wo all das so ein wenig zum Abschluss kommt. Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen aus Spoilergründen, aber das ist so ungefähr, worum es in dem Buch geht. Kommen wir damit zur Review und damit gleich zu dem Punkt, der so ziemlich das Schlimmste für mich am ganzen Buch war, die Sprache. Mir ist es in den vorherigen Bänden entweder nicht so krass aufgestoßen, ich weiß, im fünften hat es mich schon ziemlich genervt, aber in diesem sechsten war es extrem. Der gesamte Band war unglaublich schwer zu lesen für mich gewesen. Light Novel hat nun mal eine Erzählweise, die sehr viel wiederholt, die sehr viel indirekt erzählt, das heißt, dass Dinge nacherzählt werden, die man eigentlich auch so aktiv erzählen kann, was jetzt aber, woran ich mich mit der Zeit gewöhnt habe, aber in diesem Buch die Dialoge. Ich weiß nicht, an was sich orientiert wurde, aber so spricht kein Mensch. Mensch, wenn dann gefühlt zum hundertsten Male Phrasen wie Stolz wie Oskar oder auf den Keks gehen, klar, man weiß zwar, was sie bedeutet, aber ich denke mir so, wer hat sowas im Sprachgebrauch? Und sowas war in diesem Band einfach so oft, dass ich mich gefragt hätte, was reden die da eigentlich? Nicht dieses Gestellste, aber dann gleichzeitig wieder dieses, ähm, äh, dieses sehr, ich weiß nicht, wie man es nennt, so ein klassisches, äh, boah, ey, und genau so ausgeschrieben, wo ich, das wirkt einfach super seltsam, wenn man das liest, weil mir fällt niemand ein, der so redet, also so eine Phrasen verwendet, von der Wortwahl her, das wirkt irgendwie so auf den ersten Blick, als würde es, als würden da ein paar Kindergartenkinderredner, aber so reden ja nicht mal Kinder, deswegen war das so, das ist mir extrem schwer gefallen, mich durch das Buch zu quälen, weil es halt wirklich so, boah, keine Ahnung, ich fand es extrem schwer zu lesen. Vielleicht lag es einfach daran, dass ich in den letzten Büchbänden mich einfach auf was anderes konzentrieren konnte oder so, aber ich weiß nicht mal, warum es in diesem Band mir so krass aufgefallen ist. Das war so für mich das Schlimmste am ganzen Buch. Die Handlungen selbst waren sich gut, das heißt, wir gehen diesmal wieder in so diese epischere Richtung, wie es zum Beispiel schon Band 2 gemacht hat, das heißt, viele verschiedene Perspektiven, äh, wenn es dann um Kämpfe geht, haben wir es sehr ausgefächert, wir haben überall ein bisschen was, jede Figur hat so ein wenig Spotlight, gleichzeitig wird halt das bisher aufgebaute Kampfsystem, wird zwar verwendet, jetzt nicht wirklich viel weiter ausgebaut, das fand ich ein wenig schade, weil ich mir dachte so, das war halt zum Beispiel, in Band 2 war es halt super geil und jetzt ist es eher so, ja, es existiert halt, jeder wirft seine super Attacken und viel mehr ist gefühlt nicht dahinter, deswegen, die Kämpfe fand ich irgendwie nicht so interessant, wenn man halt das Gefühl hatte, dieser ganze Band existiert nur, um den, um zu zeigen, dass unsere Hauptfiguren super stark sind. Da war halt nichts viel mit irgendwas, es war halt einfach nur draufhauen und gewinnen, deswegen, keine Ahnung, es waren wenig, Kämpfe fand ich jetzt nicht wirklich interessant, was aber halt so für mich persönlich der beste Part war, war halt alles, dieses Treffen der Mohnenkönige, die einzelnen Figuren kennenzulernen, diese kleineren, subtileren Intrigen zwischendurch, das war einfach jetzt nichts wirklich Großartiges, aber ich mochte so diese kleinen Details, wo wir einfach so nebenbei ein wenig was über die erfahren haben, ihre einzelnen Geschichten, das heißt, das Worldbuilding hat für mich so ein wenig die Handlung ersetzt, so alles ein wenig kennenzulernen, deswegen, und dieses große Finale dann, war zwar cool, wie es gemacht war, aber ich hatte es irgendwie ein wenig besser noch im Kopf vom Anime her, dass es super cool war, so in diesem Buch, ja, war es halt einfach ein Abschluss. Was Charaktere angeht, wurden ein Haufen neue Figuren eingeführt, und damit meine ich wirklich einen Haufen, die ganzen Dämonenkönige, teilweise ihre Begleiter, alles in die Richtung so, ihre Untergebenen, war auch echt interessant, vor allem, weil man dadurch viel von der Welt kennengelernt hat, wie schon gesagt, so das Worldbuilding ersetzt, für mich, ist so für mich das Beste an diesem Buch gewesen, weil man halt so viele verschiedene Dinge erfahren hat. Mir ist aufgefallen, dass so Rimroos Perspektive wurde für mich in diesem Band ein wenig anstrengend, vielleicht sag ich es auch an der Sprache, aber ich fand irgendwie, er hat halt als diese sehr arrogante Figur angefangen, diese sehr pragmatische, und man hatte so das Gefühl in den ersten Bänden, okay, es bahnt sich so eine kleine Entwicklung an, und er hat sich auch weiterentwickelt, aber irgendwie, in diesem Band wirkt er an manchen Stellen einfach so wirklich engstirnig oder sehr selbstbewusst, wenn es gar keinen Grund dazu gibt, deswegen, seine Perspektive war für mich ein wenig anstrengend. Alles mit Worldbuilding war, wie gesagt, super, es hat so riesen Spaß gemacht, so wirklich ein wenig mehr zu erfahren, so jeder Figur ein bisschen, weil es wirklich wirkte halt so die verschiedenen Dämonenkönige, gefühlt hat jeder seine Geschichte, und Stück für Stück setzt sich das so zusammen, und man kann so ein wenig mit vorherigen Ereignissen verbinden, das war super interessant, dann haben wir noch etwas über Engel und Dämonen erfahren, so die Hintergrundgeschichte, das war für mich so, oh, das war super interessant, weil das einfach so viele Dinge erklärt hat, und das sorgt dafür, dass man zum ersten Mal so einen kleinen Ausblick hat, wohin die Haupthandlung eigentlich mal führen könnte, beziehungsweise es gibt eine neue Perspektive auf die kleineren Handlungen, wie sie sich darauf auswirken können. Aber ja, das war es an sich mit der Review, ich hatte es am Anfang schon gesagt, das ist wahrscheinlich die letzte, das hat mehrere Gründe, zum einen, ich habe gemerkt, wie bei mir so die Lust zum Lesen immer weiter abgenommen hat, so mit den letzten Bänden, so zu Band 5 musste ich mich zwingen, das Ding zu lesen, und jetzt Band 6 auch, deswegen, wenn man sich sowas zwingen sollte, dann sollte man es einfach lassen, das ist so einer der Gründe, und der zweite ist, mir ist klar geworden, vor allem in diesem Band, der Anime ist besser, und das ordentlich. Und deswegen, wenn ich jetzt anfange, noch weiterzulesen, spoiler ich mir vielleicht ein bisschen was davon, wie es im Anime weitergeht, weshalb der dann immer so gut ist, deswegen, keine Ahnung, für mich, mir gibt die Leitnobel-Reihe mittlerweile einfach nicht mehr genug, dass ich es rechtfertigen kann, okay, ich lese das jetzt, ich quehme mich jetzt durch diese Seiten, deswegen, ja, ist für mich, deswegen, ja, ist es die letzte Review zu dieser Reihe, vielleicht, ich glaube nicht, dass nochmal eine Review zu irgendeinem siebten Band irgendwann in der Zukunft kommt, deswegen, ja. Also ja, das war's mit meiner Review, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Band gehalten habt, oder stört euch das mit der, hat das euch mit der Sprache auch so gestört wie mich? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, danke fürs Zusehen und ciao! Bis zum nächsten Mal!